ARD Text im Auftrag von Funk Geht los Alex, ne? Ich weiß. Du bist ja im Hintergrund. Oh, die Parte, yeah, nice. Nein, schmerzt dich gar nicht. So, ich versuch jetzt noch mal Schild. Nein, Alex, lass mich bitte Glash spielen, ich bin überrasiert mit dem. So. Ich versuch jetzt einfach noch mal als Blitz. Und diesmal muss ich jetzt versuchen, nicht sofort den Schild runterzunehmen. Ja, das Problem ist halt, mit Glash wäre ich hier besser. Wenn sie im Keller sind, habe ich mit Glash gewonnen. Ne? Ah, ey! Bleib schön bei Termites. Ich sag euch lieber nicht wieso. Wieso? Ah ja, wahrscheinlich hier so Hacker. Ja, Alex ist halt der Hacker im Thema. Sag es mir ehrlich, warum? Moment. Also, ich habe jetzt gespeichert, ne? Aber ich habe jetzt trotzdem noch keinen Ordner dafür. Da steht automatisch, oder? Ach so, das wird auf dem Desktop Ordner gemacht. Meine Rainbow Six Siege Let's Plays kommen in den Desktop Ordner. Die sind... Ach schade, der ist... Nein, die sind unten. Die haben Frost übrigens, dann hat die eine Falle verplaziert. Jackpot. Also, Frost für Erdgeschoss, aufpassen. Da ist ein... Hier ist ein Diamedic. Da hast du bei mir markiert gerade keiner. Ne, also ich nicht. Der hat das Team hier gemacht. Also, die... Also, die... Also, das Ding... Ich glaube, der wollte... Ja, aus dem Team geschrieben. Ich glaube, er wollte dich erschießen, Michi. Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt weiß es zum Glück, dadurch keiner... Ah, er geht nach oben zum Ban. Shoot the Drone. Er dachte halt wahrscheinlich an die Drohne habe ich aber... Ach, kann man was achten, ne? Er wollte auf Michi schießen, trifft sein Team. Ey, Michi... Was fand ich jetzt aus? Ich wollte die Drohne zerstören. Ich will backen, ob es funktioniert. Alex, kommst du mit mir mit? Äh, Chris mit mir mit? Ja, und diesmal... Ich habe mir jetzt was vorgenommen. Ich tue jetzt nicht sofort den Schild zu versenken. Ich tue meistens immer den Schild senken, um direkt einen Headshot zu geben. Aber da verkack ich es. Du musst redukte auf den Chris, sonst trifft man dich easy. Bis auf El, klappt jemand nicht, ne? Sicher? Da ist ne Frostfalle, ne? Warte, ich schick vor. Wie kannst du rein? Du kannst rein. Nein, das ist ne Frostfalle. Das ist das Ding. Ich komme da nicht so ganz dran. Ich habe Angst, wenn ich jetzt runterfalle... Ach du, es kommt, es kommt jemand rein. Wo rein? Äh, Michi, ne? Äh, Julius. Direkt da drunter ist ne Frostfalle, ne? Ja, was machen wir jetzt? Da kam jemand. Könnt ihr mal kurz warten? Ich will was ausprobieren. Kanada, ihr könnt. Ich versuch was. Ich versuch was, okay. Da hat jemand schon mal einen. Ja, easy! Boah. Ich darf schon kurz wär's für mich geschehen. Ich hab's grad noch geschafft. Oh ne. Gegenüber liegender Raum ist einer. Alex. Am Büro ist einer. Aufpasst, da ist ein Loch, da ist ein Loch. Mastermonk, aufpasst, da ist ein Loch. Ich weiß. Äh, da ist ein... Ja, ich seh's im Büro. Wie ist Jack denn? Und da ist ein Loch. Der Anker ist down. Äh, in diesem Raum... Ja, da ist noch einer. Ja, Alex, bist du eigentlich unter der Map? Ja, den Ding wollte ich ja keiner. Clemens, siehst du den Typen da? Oh, ja. Nein, das ist... Mastermonk, Mastermonk. Lass mal kurz. Alex, du schüttest rein! Hey, wie hast du das gedacht, wenn der niemand bekommt? Ich hab das bei Vectricks gesehen. Der hat so ein Stitch-Video gemacht. Und ich wollte das mal ausprobieren. Warte, lass mich... Oh. Ah, Clemens! Er kriegt's mal nicht. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich weiß, die Züge noch schnell messern. Alter, Clemens! Guck dir, der verkackt hat, der mir einfach rausgelaufen ist. Oh, Mastermonk. Hey, Mastermonk, du hattest mich... Ich war zu stark geschwächt, um das zu sehen. Ich war zu stark geschwächt, um das zu sehen. Weil dann hattest du gesehen, was ich wollte. Krass. Ich hab eben... Das wär der krasseste Kill auf der Map gewesen. Ach, du hast einen Hacker-Kill, also Glitz-Kill gemacht. Ach, kannst du... Hast du so'n Glitch, oder was? Ja! Wo du da unten hin kannst. Du kannst sofort die Map gehen und alles im Keller abschießen. Aber das ist wirklich mies. Du kannst alles ziehen, du kannst alles abschießen. Lass das mal, das ist echt asozial. Wir wollen aus dem Keller gehen. Ich wollte das mal ausprobiert haben. Gut. Aber nur mal so zur Info, wie macht man das? Äh, kann ich dir gleich zeigen, wenn wir wieder Angreifer sind. Es ist aber alle nötig die Karte, geh einfach alle! Spinn! Spinn! Barricade, oder? Ja, das Ding ist... Die müssen dann wieder Armory nehmen. Äh, dann ist die Frage... Ja, wir können es auch so machen. Die Frage ist, kommt man da wieder raus? Das? Ja. Ja, man müsste wieder rauskommen. Also am Anfang bin ich festgebugt, also so, dass ich wirklich gar nichts mehr machen konnte, aber das kann man recht leicht beheben, indem man sich ja in die eine Richtung bewegt. Ich... Äh, ich geh hoch. Aber der Glitch ist richtig nice. Ja, aber das ist wirklich mies, okay. Ja, das... Das ist doch so ne Sache, die macht man einmal, weil es cool ist und... Aus Fairness macht man das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer war hier nochmal der Anti-Glitcher? Ich. Jonas, oder? Ich auch, ich bin auch ein Anti-Glitcher. Hast du Luken zu? Ja, 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 ich mach alle Luken zu. Ähm... Aber klären, dass das... Wäre schon gut, wenn du nicht da durchschießen würdest, wenn ich da grad, äh, was aufmachen will. Erstens, kannst du mich damit töten. Zweitens, wenn du es kaputt machst, kann ich dich nicht mehr, äh, reinforcen. Michi? Ist das eigentlich aber klar, dass hier eine Drohne durch die Ball durchgefahren ist? Äh, ich bin rausgetopft, konnte nichts sehen grad. Achtung, Michi! Du bist doch verarschen, oder? Warum? Ja, komm, ich geh dahin. Nee, schon gut. Wo? Äh, hier doch. Ah, gut zu dir. Wo? Oh, da. Ähm, ne Granate. Ja, ich werde abgefangen. Glück. Ja, aber nur weil es weitergeräut ist, sonst hättest du es nicht gemacht. Ich schüttere die Füße, Jungs. Äh, da plantet einer, plantet einer. Wir sind irgendwo welche. Da hat einer geplantet. Termite, oder? Ja. Ja, Termite. Hier plantet noch einer. Wo? Hier, irgendwo. Irgendwo. Okay, vielleicht war es doch so. Da wurde er aufgebrochen, also auf der anderen Seite. Ja. Granate wurde abgefangen. Rechts und links welche? Jusen müsste abgefangen werden. Nein, nein. Nein, nein. Ist klar. Na. Haben wir einen Dock? Haben wir einen Dock? Kannst du mich hier mal abschießen und dann wieder heilen? Nein, warte, ich komme eben zu dir rüber. So, kannst du mich eben längstens? Wie war das ein Headshot? Reloading. Danke. Ending. So, wo ist der Jeep? Das ist... Das ist Rainbow. Ach, da war der? Ja. Der ist slow. Ich dachte, der wäre ganz wahres Kills. Boah, weißt du, jedes Mal, wenn ich da in Rainbow sterbe, ne? Und mich darüber aufregeln, weil so unnötige Kills, ne? Jedes Mal muss ich einfach sagen, es ist Rainbow. Ja, ich habe nicht erwartet, dass der dann locker ist. Ja, warum bin ich da wo lang gegangen? Warum bin ich da wo zusammen zurück gegangen? Du hast das gar nicht gesehen. So, Alex, zeigst du mir dann nochmal den Bug? Ich will den mal kurz testen. Aber die sind doch sowieso durch mein Keller. Ach, das sind sie wohl. Ach. Ne, sind sie nicht. Sie können doch mal Keller nehmen, aber sie müssen nicht. Bitte. Dafür sollten wir Parking starten. Die können nicht Keller nehmen. Parking? Dann hab bitte Twitch neben einen Maid. Ja. Aber zeigst du mir dann gerade, ich will keinen töten, ich will einfach nur gucken, wie das geht. Ich auch. Ich töte jemanden. Ne, ich töte gar nicht. Ich geh dann wieder raus. Das kannst du dann ja eigentlich auch in die Aufnahme packen, wie Asi das ist. Ja, ich, 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 ich nehm das auf, aber ich töte da keinen. Report an Ubisoft. Ja, das Ding ist, da, da, es sollte eigentlich nicht sein, dass sowas geht, weil es ist einfach richtig unfair und das ist eigentlich ein Bug. Das ist ja nicht mal ein richtiger Glitch. Ja. Doch, es ist, es ist nicht mal ein Glitch, weil es ist einfach vom Algorithmus so gemacht. Aber ich glaub nicht, dass sie... Ja, ich glaub, die nehmen die nie wieder unten, jetzt wo du das gemacht hast. Aber der eine Typ müsste es ja hier ziehen. So, zwei. Müssten oben sein, oder? Ja, ja, ja. Ja, kannst du um Doc und Capcon aufpassen? Das Problem ist, die machen die Drohnen kaputt. Michi, du, das bringt dich, wenn du wackelst, ne? Ja, aber wir können ja trotzdem mal eben gucken. Okay, nicht mehr, nicht mehr markieren bei Michi, nicht mehr markieren. Ja. Ja, gut. Aber trotzdem, auch wenn das jetzt nichts bringt, ich will das jetzt mal sehen, Alex. Fürs Display. Alle hinterher. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ja, jetzt verlieren wir die Runde. Ja, das ist halt so. Da war die Kamera, oder? Ja. Ja. So, da geht man hier hin. Upsala. Dann seht ihr ja hier diese beiden. Ja. Da muss man... Moment, kann ich mal kurz? Ja, da müsst ihr irgendwie so rangehen, dass da Hold to Rappel ransteht. Also irgendwie so ranbatschen. Also ganz vorsichtig, weil... Dauert sonst noch länger. Ne, ne, nicht da. Ihr müsst wirklich hier. Ja, warte, lass mich, lass mich. Wenn du vorbei gehst, müsstest du es manchmal so ein Aufflackern sehen. Nach oben zielen am besten, also so ungefähr auf Kopfhühe. Ja. Und nicht zu... Leute, nicht alle gleich. Das geht nur mit einem. Oder ich schau nochmal. Moment. Das ist... Dauert manchmal... Ja, hier wieder. Kann man da nicht so einfach rüber. Moment. Moment, Moment. Moment, da wieder. Das hat man manchmal... Okay, okay, lass mich mal, lass mich mal alles machen. Warte, 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 warte. Leute, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich will das machen, weil ich das aufnehmen muss. Ja, eben, lass Chris das mal machen. Jedenfalls... Ah, ich hatt's kurz kurz. Ich hatt's kurz kurz. Jedenfalls sieht man das. Das sind wirklich so Millimeter, wo es... Wenn nicht stimmt. Und dann muss man was machen? Dann muss man halt sich ranhängen. Ja. Am besten, wenn du siehst... Äh, wenn du... So ein... Ja, genau so. Und jetzt musst du einfach runter. Ja, genau. Und jetzt, desto weiter runter du gehst, desto besser. Und wenn du ganz, ganz weit runter gehst, dann bist du, äh, wirklich ganz unter der Map. Und siehst dann nur noch eine blaue Textur. Wir müssen jetzt mal los. Ah, das ist echt cool. Ja, wir können schon los, während Chris noch aufnimmt. Du kannst auch, äh, noch weiter runter. Also... Ja, komm mal, geh mal raus hier. Da ist irgendwo so ne, äh, so'n Boden, den du siehst, wo ne Matschige Textur ist. Und da kannst du auch noch runter. Dann siehst du die Map. Und dann siehst du sozusagen den Map auf dem Bauch. Ich hab's ganz kurz. Wir haben noch zwei. Alter, ich bin durch, durch den Boden. Lass das gleich im Custom-Match machen. Ich geh, ich geh wieder hoch. Alter, wie assi das ist. Ich bin drin. Äh, Michi? Kommt man wieder raus? Ja, ja, ich komm nicht mal hoch. Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm nicht mehr hoch. Nee, geh ganz nach oben. Nee, ich bin runtergefallen. Du bist runtergefallen. Ich fall durch die Bär, da bin ich nicht mehr dran. Ich fall echt ganz ewig. Ich falle Ewigkeit runter. Ich falle Ewigkeit runter. Du, kennst dich rein. Du Gott sei rein, da war jemand. Ich bin so weit zu voll. Wie scheiße das denn. Halt, hier ist er bei mir. Oh, Mensch. Alter. So, eigentlich hab ich noch dreimal die Null, ne? Hä? LOL. Ah, Chris. Oh. 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 Wir müssen auch meinen. Was machen wir so lange? Alex, Ace, komm. Easy, das ist Ace jetzt. Da konnte ich echt nix machen. Ich mach auf und direkt dahinter ist Frost mit der Schrotflinte. Das wird verkackt. Die rushen dich jetzt. Hast du gesehen? Rechts ist einer. Ja, was soll Alex da machen? Was ist denn hier? Ace? Rechts. Mit der Drohne. Die ist durchs Fenster durch. Nee, war schon draußen. Ja, die ist auf und durchs Fenster durch. Ja, aber immerhin, ihr habt es gesehen. Voll das Größte. Ich so hoch und mich, die Fettrutz. Ja. Aber ich war dann plötzlich oben. Also ganz oben. Ich war dann die Mauer hoch. Ich war kurz an der Seite, wo ich reingegangen bin. Ganz kurz. Wollen wir nach oben gehen? S-Zimmer ist gut. Glaub ich zumindest. Diese Color Switch ich kann nicht. Aber das war jetzt grad. Aber das war auch wirklich miese. Das muss man hier unbedingt fixen. Das ist aber immer noch der krasseste Bug, den sie haben. Es gibt noch welche, wo man auf irgendwelche komischen Kühlschränke oder in Wände reinkommt. Aber das ist... Da kann man auch mal geholt werden. Ich schätze mal, wenn man sich ganz weit runter sitzt, fliegt man auch so runter. Ach, das hier ist S-Zimmer. Scheiße. Ach ja, das war was... Ah, verlamm dich. Ich hab mich vertan. Aber so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Werden einer... Hier beim Eingang bleiben, wo die von außen reinkönnen. Ja, ich hatte mich aber vertan. Ich hatte mich grad mit dem... Räumen vertan. Ich meinte ist der... Wie heißt der eigentlich? Ach, der ist aber Hauptschlafzimmer. Ach, weil das hier irgendwie ein Superbett ist, ja. Das da hinten ist ein Hauptschlafzimmer. Superbett. Was? Echt? Ja, wo dieses ekelhafte, versiffte Bett ist, das ist Hauptschlafzimmer. Äh... Drohnen sind hier ein bisschen nervig. So, ich mach bei uns alles zu, ne? Ja. Halt ja mal zufällig ein Schild zum Glitschen. Also von dem Ding hier. Ich werd hier keine... Ich hab jetzt mal ein Gris nur zum Gucken benutzt. Aber jetzt nicht wirklich, um... den einzusetzen, ey. Wo halt hier zu machen? Äh... Wo kann ich das denn... halt noch ranpacken? Kommen ja nirgends mehr Granaten. Hier. Hier hinten, bei mir. Mach's mal hier hin. Okay, mal kurz was trinken. Ganz wichtig. Boah, ne. Äh... Alex kann's mir sagen, ob man mich sieht. Von vorne. Oh, von da! Und daneben auch. Wach! Wach! Oben auch noch. Da wei mal hin. Sie haben kein Temmuch mehr. Ja, ey. Mal hin. Einfach in Deckung bleiben. Schön. Jo, das verstehst du an Deckung bleiben nicht. Gibt's eigentlich offen? Oder ist das offen? Oder ist das offen? Oder ist das offen? Oder ist das offen? Oh. Ja. Ich hör da... Die laufen da rum. Ähm. Was war das denn? Da sind sie. Seilt sich einer ab. Seilt sich einer einen ab? Ja. Aber ich werd... Ich werd abgamed. In Granada. Fuck. Ich kann nicht... Das ist zu hell. Ich kann nicht durchgucken, Julius. Ich kann dir nicht helfen. Ich konnte nichts machen, Alter. Ich konnte halt nichts machen. Und ich konnte auch nichts machen. Ich konnte nichts sehen. Weil das ist, äh... Einfach zu hell. Der A mich nicht drauf. Äh, Michi... Ich weiß nicht, ob du schossen kannst, von oben zu schießen? Die sind drin. Die sind drin, die sind drin. Michi, komm mal schnell. Michi, ich weiß nicht, kommst du aus dem Fenster vielleicht raus? Schieß, schieß. Nice. Nein. Ja, keine Ahnung, die sind ja bei uns bei der Rückwand. Da kannst du einfach mal... Hä? Ach so, das fliegt den Fuß. Okay, noch ein nach zwei. Von wo wurdest du geholt, Michi? Äh, vorbei. Ich hab... Ah, scheiße, scheiße. Ich seh's, ich seh's. Maki, mach jetzt. Was? Jungs, die sichern, die sichern, die sichern. Ach, die sind im Raum drin. Ja. Und ich dachte, es wurde nur von... Hab ich gar nicht mitbekommen. Äh, super. 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 Ja, tu mir das. Vermut' ich. Ja, komm, wir hatten keine Zeit mehr. Ja, ja, das war gut. Das muss man schon... Das müssen gemacht werden, sonst verlieren wir. Wie du wollte, ne? War ja auch schon besser. No risk, no fun. Ne, das musste. Okay, ich glaub, wir gehen ins Keller. Aber, äh... Hoffentlich nimmt sie Keller, ne? Ich probier's jetzt, ich probier's jetzt. Aber, bitte da kein Omniten. Ach, wenn ich schaffe. Wir wollen nur spektaten. Ich wollte einfach nur mal kurz testen, wie das geht. Ja, ich will auch mal sehen, wie das aussieht. Da muss man aber mit Glass reinwenden, schon. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, aber nur... Du musst Spektaten nehmen, ne? Bitte. Ja, natürlich. Ey, sowas würde... Also, wenn überhaupt, würde ich sowas nur im Locker-Modus machen, wo es keine Unterschiede gibt. Wir müssen, dass wir da reingehen, dann garantiert nicht mehr Keller. Und wenn, dann ist das witzig. Keller. Keller. Wir sind Keller. Ja, ich geh da rein, tut mir leid, ich muss das einmal testen. Ja, Glass... Ja, lass ihn doch. Er hat Glass, außerdem kann er mit einem abschießen und dann ist gut. Schön. Ja, sie haben Kapkan. Äh, Kapkan sag ich schon Frost, aber Kapkan auch. Ähm... Ja, toll, ich krieg hier wieder keine Piz. Boah! Clemens, Alter! Aber teilweise, wenn ich sterbe, ist manchmal irgendwie lächerlich. Clemens! Hehehe... 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 Ja, und dann träumen wir lieber ein bisschen weiter. Hehehe... Hehehe... Aber ich hab ja echt nicht mitbekommen, dass er schon im Raum war. Ich hatte irgendwie... Nicht gesehen, dass das zu ihm kippt war. Da hab ich mich irgendwie ver... verpennt. Lass mich hier nicht aufmachen, ne? Ich will hier rein. Ja, lass ihn jetzt mal rein. Ja... Ja... Das kann einen Moment dauern. Wenn man den Punkt finden muss. Nein! Äh... Wer hat da von euch gesprengt? Äh... Ja, was? Ich hab bei mir gesprengt. Wieso? Ja, zwischen den Beinen tatsächlich. Ja, wo du bist. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Vielleicht sogar ein bisschen höher gucken. Ja, ungefähr. Ist nicht schlimm, wenn das eine Minute oder so dauert. Weil... Weil wirklich... Ein winziger Punkt, den man finden muss. Also, wenn du hin und her gehst, siehst du manchmal sowas wie halten zum Hochziehen oder sowas. Aber ich hab... Also du musst schon nach links und rechts gehen, sonst... Ja, ich hätte schon mal was. Ach du Scheiße. Also, es ist immer nur... Äh... Wenn du bergst, da fehlt ein Stückchen. Dann zwei, drei Schritte machen, damit du den... Unterschied wieder reinkriegst. So, schick dir mal Twitch rein. Nein, das sind locker. Allell! Woll ich verarschen? Geht das? Schade, ich kann Frostfall nicht zerstören. Da ist Frost direkt, ja. Ja. Vielleicht möchte ich mich mit einer Schrotflinte nicht umgesprayt. Was kann der Typ eigentlich? Alex, du musst ihn mal richtig nerven. Echt ist einer. Alter... Was machst du denn jetzt? Hallo? Ausgetappt. Halt mal Shift gedrückt. Damit du langsamer bist. Ja, das stimmt, das könnte helfen. Wer liegt hier denn? Was machst du denn? Guck mal da beinah oben. Ja, bricht ab, das bringt nichts mehr. Außer du schießt jetzt richtig ab. Ach komm, lass mich mal. Ich hätte gar nicht, ich hätte ihn gerade hier. Na gut, dann ist das schon mal ungefähr an der richtigen Stelle. Ist normal, den ganzen Spaß. Wo ist Frost? Bei mir ist Frost. Ah, ich sehe es. Alles klar. Alles klar. Ey komm, das ist wirklich nubig. Ey, ohne Witz. Man nimmt einfach Auto-Shotgun und sprayt alles um. Alles klar. Ey, ach man. Ja, wir sind U-Bahn. Wir sind U-Bahn. Und das nennt sich ein Glitcher. Ja, ist echt so. Eieieieiei. Bumps. ja einfach unnötig Autoshock kann und dann 05 ich dachte dass ich nicht so gut bin wahrscheinlich wissen die gar nicht wo ein Glitch kommt aber ich meine auch gerade die ersten Kills also die ersten Tode von mir das war irgendwie ein bisschen komisch was die ersten beiden vor allem der erste hier kommt der zweite auch der hat durch drüber geschossen und ich war tot um oh das ist echt ein Kackraum bring mich nur dazu dass dein C4 kaputt zu machen bring mich dazu zweit rund kaputt da hast du einfach kaputt gemacht so was meint ihr wo soll ich die letzte ähm hier Chris hier bei mir kommt Clemens nochmal rein oder nicht was soll das denn jetzt Alex wer hat noch keine Rüstung ähm Ich bin verletzt, ich bin verletzt warst du Mock, warst du Mock hab's schön der fährt in Drohne Achtung Chris geht mal weg ok ihr wollt Stress ich hab gesagt ihr wollt Stress ich hab mir sowieso kein Stress mehr ich hab mir sowieso keinen Stress mehr gerade was Stress Chris man Alter einfach rausgejodert 17 AP äh kannst du den Fuß schießen also ich krieg jetzt zwei Assists nochmal Alex den Fuß noch einmal danke ich hab beide richtig stark gewischt einfach nicht aim einfach nicht aim wow Alex was verstehst du bitte an nicht aim nicht was verstehst du auch nicht und Julius das ist schlechte Position die wirst du einfach von hinten gerusht ach da ist auch noch auf ich bin jetzt offen Film ist easy 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 warte 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 ja der erste Assists da rundet mich oder achso doch so jetzt bin sappig Beauty is in place Mich soll ich nicht wieder beleben? Ich bin frei, ich weiß nicht ob du sch... Komm lieber nicht da hin Habt ihr ein Glück Deine Füße sieht man Michi, deine Füße sieht man Und ne Glocken Das ist Sedge Äh, wollte ich nicht Sieht man, das ist nicht gut Michi links ab Michi links Wirklich mit Schlacht auf den Kopf Es ist schwer grad draus zu finden Bei mir kommt jemand Glaub ich denn nicht Weiter textiert Das Problem sind halt zwei Okay Okay Michi Ähm, der ist nicht mehr da Füße ist ganz oben An der Treppe Ganz oben Kommt jetzt runter Kommt jetzt zu dir Michi Komm jetzt Oh Mann Oh Mann, ich verwackel das total Der hat ganz wenig 10 HP Warte 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 Allein schon, dass ich vier Assists habe Ich bin der Assists Lieferant Hast die auch 10.000 Mal gepickt und immer kassiert Ich glaube ich brauche eine Pause Aber ich hab den auch immer ausgeteilt Ich brauche eine Pause Du auch Gut Michi arbeiten Arbeiten Und Silber 1 Fürs Team Wie sagte Dominik Fürs Team Ich geh einfach entrüstet aus dem Team Teamspeak Entrustet Entrustet Paul eben nochmal mal Bruder Das macht dein Bruder Paul eben nochmal eben Ja okay Also ich sag ne Ciao Leute ne Also Ihr beide Und tschüss Die drei Zuschauer Das sind vier drei Optimistisch, willst du? Wir sind die drei Zuschauer Ja genau Ich sag zu euch zwei Und zu uns drei nochmal zuschaut Tschüss Es war eine Schaffung Und zu uns وضangen Ab mit dem Untertitelung des ZDF, 2020